Nur damit halt die Datei halt nicht zu groß wird und so. Naja klar, ist bei mir auch so. Gut, damit... Ich will eine von euch anfangen. Was ist das? Achso, ich war gerade voll verwirrt, weil... Ich hatte gerade gedacht, die Aufnahme, die ich gerade gespeichert habe, hätte nur 4 GB groß. Aber das war irgendwie verbar. Läuft bei euch die Aufnahme wieder? Ja. Ja, irgendwie läuft es wieder. Dann mache ich mal eine Begrüßung. Hey everybody, Mikey G Hammarek und willkommen zurück zu Hammerwatch. Tja, ist zwar nicht auf meinem Kanal, aber ich dachte, ich will auch mal was sagen. Hier zur Begrüßung, Leute. Hi. Ich bin auch wieder dabei und Grothalk und die ganzen anderen... Dein Namensgedächtnis. Ja, ich weiß, dass du Jack bist. So ist die ganzen anderen am Ende. Kurze Information, warte mal, bevor ihr die Vasen weiter zerstört, lass mal. Lass mal die Vasen. Warlock, setz mal deine Lifestyle Nova ein. Warlock. Ach so. Oh, ja, geil. Nice. Geil. Das geht dann ein bisschen schneller. Ja, da hast du recht. Toll. Ich kann sowas. Kann ich auch leben. Ich kann das auch mit meiner... Dings machen. Allerdings müssen dazu die Zacken tatsächlich treffen. Oh, mein Ding ist cooler. Ja, die Lifestyle Nova hat schon was. So ist es nicht. Dafür mache ich mittlerweile ziemlich viel Schaden. Und ich... Ich glaube, der Warlock ist erst der Typ, der sich beim Kämpfen selbst teilt. Ah, ich habe Augen gefunden. Ja, das sind die neuen Gegner. Oh, gut. Du kannst endlich mal was sehen. Aber das sind doch nicht die schlimmen Gegner, das sind die einfachen. Ach, deshalb bin ich da mal draufgegangen. Äh, nicht. Shit. Oder so. Oh, ich habe einen Geschenk gefunden. Vielleicht kenne ich die Zacken nochmal. Hä? Und einen goldenen Schlüssel. Diese Zacken hier in den Rändern, die kenne ich irgendwoher. Ja, die sind da. Die sind da. Ja, aber die kenne ich aus anderen Spielen. Die sehen gut aus. Und deswegen sind sie da, weil sie gut aussehen. Ja. Genau, das ist der Grund. Dekorative Zacken. Ja. Das ist der Trend in Antananariko, was die Hauptstadt von Madagaskar ist. So, Freunde, jetzt räume ich mal kräftig auf, würde ich sagen. Ich werfe mal ein Auge auf euch. Ich charge da einmal durch und sie sterben. Yay. So, ähm. Let's go. Die Bibliothek ist an sich ziemlich simpel aufgebaut. Es gibt, glaube ich, nur zwei Stockwerke. Und, äh, es größtenteils spielt sich, glaube ich, auf dieser Ebene ab. Ja. Und, äh, es ist alles ziemlich verwinkelt und ist irgendwie zusammenfassend. Das heißt, egal wo wir lang gehen, wir treffen irgendwann wieder auf dieselbe Stelle. Das stimmt. Diese komischen Leuchtedinger da, das sind übrigens Gegner. Ähm, der Knight ist hier ganz gut, weil der kann die mit dem Schild abblocken. Diese Leuchtedinger, weil die schießen. Achso, okay. Die schießen nämlich ziemlich heftig. Und die sind gemein. Und Vorsicht, wenn ihr die tötet, ist es so, ähm, die explodieren. Das heißt, die machen Schaden, wenn sie da drauf gehen. Ah. Ja, gut zu wissen. Ja, und die, die Elite-Gegner hier, die, die anderen boosten, die sind ziemlich mies hier. Weil, äh, die haben wieder hier diese Gummelt-Fallen hier. Und andere töten die. Ja, weil, ähm, diese Elite-Gegner, die spawnen nämlich neue und das nehme ich alle Sekunde. Oh, shit. Das ist ziemlich nervig. Ja. Das ist praktisch die Spawns hier. Yo. Und hier gibt's ne stärkere Version von den Hentai-Tentakel-Viechern. Yay. Mal nebenbei. Tentakel. Upgrade. Ach, die Leuchtdinger sind Gegner, okay. Jetzt versteh ich's. Ja. Und deren Schüsse sind mehr oder minder Zielsuchen, wenn man so will. Also die... Hat mich grad ne Bombe geheilt? Vielleicht. Was, du heilst die mit ne Bombe? Ich hab, ich hab, äh, Lifestyle, ich hab Lifestyle gemacht und aus einer der Kisten kam ne Bombe. Und dann hab ich irgendwie 10 Lebner zu bekommen. Könnt aber auch ein Gamebug gewesen sein. Und ihr habt schon wieder Geld liegen lassen. Was macht ihr eigentlich? Sogar Goldmünzen. Wir sind halt einsammelfaul. Ja, ich merk's. Ja, ich hab doch... Hör, ich will Geld. Ja, dann sammelt's ein. Hör, das ist mir zu ekelhaft. Das ist da. Äh, das ist mir jetzt viel zu mainstream, das Ganze. Ich brauch kein Geld. Ihr habt doch schon gesagt, das ist ehrenamtlich. Oh, jetzt sind das braune Tentakel. Ja. Die machen einfach nur mehr Schaden. Im Endeffekt. Die sind länger. Und halten mehr aus. Äh, noch mehr aushalten. Super. Ja. Oh, was ist das? Ah, äh, hier sind übrigens auch diese komischen Feuer... Au, ich bin natürlich reingerannt. Diese Feuerwahl, die sind super. Die mag ich. Äh, nein. Okay, hinterher ich dich. Ich bring dich um. Derp. Jetzt. Au. Ach, ich mach 22 Schaden, au. Was, ich möchte einen Screenshot davon machen, bevor es stirbt? Nö. Ach, mir ist dieses gestorben. Wollte eigentlich so einen Screenshot machen, ich und das Hentai-Vieh. Dann kannst du mal nicht... Au, was ist das denn? Ja, der Knight, der kannte einfach durch. Gold. Oh nein, ich kann nichts einsammeln. God damn, ich bin in die Bombe gelaufen. Oh, Alter. Durch die Hand. Oh, nicht. Oh, toll, wo klebst du denn rum? Ja, wir kleben hier alle rum. Nein, nicht rumkleben. Obst du rauskriegst, den 34. Tod ja, ich bin schon wieder draußen. Ich hab 26 Tore, du musst mehr sterben, sonst wenn ich so... ...harmatisch so wieder nach unten gegangen. Ja, 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 ja. Er war 25. Aber du weißt auch nicht, ich glaube, es ist ein Abwürdig von Armadie. Und 10.1. Die Verbindung mit der Angel und die Herrgestellung ist nicht verantwortlich. Hä? Dann mach du mal das Update, das kannst passieren, dass du mal starten musst, ne? Oh Mann! Äh, da waren wir schon, Paladin, schon zurück! Moment! Echt, da waren wir schon? Ja, du konntest dann wieder durchs Feuer legen, aber da ist ja nichts. Ja, hier kann man manche Schlüsse, kann man hier einfach ignorieren. Also manche Türen. Weil die einfach im Endeffekt nur Wegabkürzungen sind. Okay. Das heißt manche, das sind teilweise, wir haben mal, ich bin einfach mal hingegangen und hab über die langen Wege und hab die kurzen Wege gar nicht geöffnet. Und ich hatte am Ende zehn Schlüssel. Ah, hier sind noch Augen. Ah, hier sind die über alle Augen. Das ist sehr aufgefallen. Kei, dich war ein bisschen Grothold. Ich kann ja Martin nicht mehr starten. Das sind alle mal ein bisschen. Ja, hab ich auch gerade gemacht, aber jetzt hab ich kein Mal. Oh Gott, ganz viele Goldmünzen. Ja, hier seid ihr zu faul, sowas aufzusammeln. Ich sammle die immer auf, wenn ich sie sehe, die anderen aber nicht. Ich merks. Also, also nur Jake. Ähm, ich sammle auch Münzen auf. Dann würde ich was aufsammeln, wenn Hamachi endlich funktionieren würde. Ja, ja, das sind immer diese Ausreden hier. Ja. Und dann sammelt er sie doch nicht auf. Ja. Ist sehr typisch. Ich kite gerade so ein paar Viecher. Nicht mehr. Oh, ne. Hauptsache, ich hab die Viecher gerade alle gekillt. Oh mein Gott, das ist ein Magier. Oh scheiße. Nein, 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 geht weg. Die Schöße. Die schießen nämlich auch. Und die kann der Neid übrigens nicht blocken. Die Magier. Ja, super. Was ist jetzt los? Oh, ich hab nichts erlebt. Nein! Ich hab grad Lifestyle gemacht. Und? So. Hallo? Ja. Hi. Hallo? Hallo? Und jetzt soll mir noch mal einer sagen, dass ich keine Münzen aufsammle. Du sagst keine Münzen auf. 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 Ja, aber du sagst, wie wir sonst sagen. Ja, wir haben Schalter aktiviert. Ach, die Speichs sind aus, sag das doch. Die Speichs sind aus. Wie krieg ich das jetzt gefickt? Äh, die Dinger. Die Dinger sind aus. Die Dinger sind aus. Die Dinger sind aus. Nein, nicht die Dinger. Ha. Ich hab übrigens auch einen Lebenspunkt. Warte mal, lass ihn mal kurz sein. Oh, nein. Der Neid könnte eigentlich auch mal einen Heilsauber sprechen. Wie wär's mit der Idee? Ach so. Hoppala. Aber ich hab keinen Mana mehr. Ich hab's gemerkt. So. Passage have been revealed. Ich weiß jetzt wo. Aber wo? Ich hab' ne Ahnung. Da unten. Aber wo? Aber wo? Aber wo? Aber wo? Ich kann dich jetzt alle 10 Sekunden nochmal heilen. Sehr gut. Au. Ich hab das Vieh vergessen. Ich hab das Vieh auch vergessen. Ich auch. Dieser Scheißweg. Die könnten ruhig das am Boden mit irgendwelchen ausgestanzen Dottels oder sowas mal anzeigen. Mal ernst. Brennt. Machen sie doch. Ah, das gibt's doch nicht. Oh, ich hab schon wieder kein Mana. Und wer dort? Muss mir auf jeden Fall mein Mana-Update holen. So. Wo muss man eigentlich hin? Ey, ich wollt mich grad heilen. Wo sag ich? Ich bin immer noch geil. Wo sag ich? Screaming Mikey? Wollste? Ja, wie ich schon sagte. Ich krieg mein Hamachi grad nicht gesperrt. Mann, dann scharte schneller. Oh nein. Nein. Es soll einfach keine Hammerwatch-Aufnahme geben, ohne dass man so ein Problem hat. Der bringt mir nämlich die ganze Zeit einen Fehler, dass ich irgendwie keine Verbindung zur Engine herstellen kann. Hm. Also Hammerwatch. Oder was? Ein Hamachi. Ha. Lock me in Hamachi. Die Verbindung mit der Engine konnte nicht hergestellt werden. Ich würde übrigens nicht stehen bleiben, ne? Nimm bei. Ja, hab ich nicht. Toh. Ähm. Alter. Rata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Gibt es ja eigentlich auch noch irgendwo so Geheimnisse wie schon im ersten Raum, die man in der Wand finden kann? Es gibt ein paar Geheimnisse, ja, aber Dings sind die tatsächlich ziemlich versteckt. Ziemlich dämlich teilweise. Warte mal, davon ist es zum... Sekunde mal, hier muss auf jeden Fall ein sein. Davon ist es zum Schwerten. Okay, ich glaub ich hab's wieder. Oder steht er da oben drin? Oh nein! Connection! Connection! Ich bin gestorben! Ah, Mikey ist da! Endlich! Hey, ich bin sogar ganz in eurer Nähe! Super! Das ist aber mir! Hi! Ah, Hentai! Ja, den haben wir immer nicht los! Ah, Hentai! Hentai! Hilfe! Hilfe! Hentai! Hilfe! 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 Ich kann grad nicht, ich sammle Gold ein. Wo bist du denn? Ach, der Unruhert, warum? Sieht das toll aus! Hilfe! Und wird von 10.000 Augen verfolgt. Jetzt nicht mehr! Ich hab nur Angst vor, ich rette von denen ich wirklich... Alter! ...und die bekämpfen, ich kann das ja. Das reisige Problem ist... Oh, 10! Ich muss immer wieder, Alter! Ich brauche Lebenspunkte! Bitte! Ja, ich hab heute kein Mana. Ich hab Lizard! Ja, ich wurde überholt vom Lizard! Yeah! Ja! Ja, das ist jetzt einfach nicht mehr. Vielleicht, vielleicht hab ich sie bekommen. Ich werd jetzt einfach nicht mehr drauf gehen, so. Das ist ne gute Idee. Habt ihr jetzt davon? Wenn doch keinen! Hast du nicht! Ich geh unten rum, so. Hab'n Schalter aktiviert! Ach, das Sentai-Fi lebt noch! Ja, das lebt doch noch! Ich hab's nicht tot bekommen! Okay, dann werd' ich jetzt da hingehen... ...und ist tätig! ...und ist tätig! Nur miterst einen goldenen Schlüssel! Ich könnte mal irgendwie heilen! Warum muss das hier? Moment, Moment! Ah! Ah! Davon ist ein Mage, Achtung! Da drüben ist ein Steak, schnapp dir das Gottzeug! Oh! Steak is sick! Noom 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 noom! Noom 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 noom! So! Ah! Endlich! Oh, meine Münzen! Da fehle! Oh, meine Münzen! Da müssen... Ah! Boah! Jetzt haben wir aber alles ziemlich hark, ey! Gibt's keine Ahnung, was... ...ein Exit hat... ...win... ...zielt! So, ich hab'n Spielscher von mir, mich im Hentai-Fi! Perfekt! Super! Super! Jetzt kann ich's töten! Hab das jetzt! So! Ja! Okay! Wie die Fans, die Let's Player ingame fragen, ob die zusammen einen Screenshot machen könnten! Hab ich denn irgendwelche Shops verpasst, seit ich weg war? Ich bin grad am gucken! Nee! Okay! Warum rett ihr endlich mir hinterher? Beziehungsweise, da ist ein Vitality-Händler! Da ist ein Vitality-Händler jetzt! boh! Oh, oh! Hier, wo ich bin! Ein Wat?! Unten!? Da war ich auch schon! Ah! Help! Danke! Mal gucken, was der so definition hat! Man push! MoveSpeed! Ok hol ich mir ich glaube ich müsste mir jetzt langsam auch mal mal holen ja los oder movespeed muss was ist mit movespeed ach was laufen muss man nicht scheiß drauf ist nur Geldverschwendung nur Mana Pool 3 habe ich jetzt noch nicht ich hab Mana Pool ziemlich hoch jetzt 315 Mana ich hab Mana Pool 4 noch nicht Mana Pool 4 noch nicht aber äh wo seid ihr denn aber ich habe das Leipzig noch mal geholt ich glaube ich habe bald irgendwie mehr nehmen in der Welt jetzt dann nicht ich hab 100 Leben wo auch damit mich auf dem Start Level der Prozent des Warlock wo auch Kuhl ich bin ein großer Bruder auf und in der Nähe der Nähe der Haar BG Karten älter und schwächer Sprecher würde ich nicht unbedingt sagen, ich habe nämlich eine Menge Schaden, die ich rausschauen kann. Okay, dann nennen wir es die gleiche Stunde. Mann, Leute, wo muss man eigentlich hin? Ich bin jung und frisch. Oh, nee, warum? Hoi, hoi. Ach da. Wo muss man eigentlich hin? Daut diesen Ausgang, ich versuche mal irgendwie dahin zu kommen. Hier nicht, da oben ist aber irgendwas komisches, da müssen wir hin. Moment, nee, quatsch. Quatsch, wir müssen wieder zurück, wir sind... Wir müssen zu dem Vitality-Händler. Oh, aber hier war noch Gold und eine Planke. Cool, der hat eine Planke gefunden. Die lag eigentlich direkt neben dem Eingang. Super. So, wir haben einfach dran vorbeigerannt? Ja. Vielleicht war das doch einer dieser Schalter, wo irgendwas irgendwo passiert ist. Das kann sein. Something happened, ich hasse dieses... Something happened, ne, da lang. Pass auf, irgendwas, es wird irgendwann irgendwo passieren. Pass auf. Warum? Ja, ich wollte gerade sagen, dass es mein Lieblingsfall ist. Gut, dass du jetzt den Schlüssel verschwendet hast, finde ich. Huch. Ja, darum ist es gar nicht. Nee, das ist ein Rundgang, wenn du auf die Karte guckst, wüsstest du das sogar. Ja, ich weiß das. Ich habe ihn eben schon drauf hingewiesen, dass das Ding eröffnet hat. Nee. Ja, das Peinliche ist, ich hatte die Karte offen und habe übersehen, dass da diese Tür ist. Ja, die sind auch so schlecht eingezeichnet. Ja. Naja, die haben ja nicht als einziges mit den Spielern und den Jobs und den Schlüsseln echt eine andere Farbe. Ja. Nun ja. Mann, dass die Spielmacher da nicht drauf kommen, dem da andere Farbe zu gehen, ne? Das ist genau wie mit diesen Tentakel. Ja, das mache ich nicht. Jetzt haben wir zwei Gänge. Du hast einfach reingeworfen. Ich komme! Wir haben zwei Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden, wo gehe ich nämlich. Na gut, da gehe ich rechts. Ja, damit. Ich habe keine Möglichkeiten, wo ich gehe da unten. Let's go! Ah, die sind ja drin. Ich bin hier für. Ah, die sind nicht so schön. Ah, ich bin hier für. Ah, wow, wow, wow. Ja, das ist das nicht so schön. Da draußen draußen und ich bin. Da draußen und ich bin. Wie. Porto. Au. Au... Das Auge hat mich geblieben. Alter, die ich hatte die Leichtdauer, ne? Weckervoller links ist jetzt so und ergeht nur. Warte mal ab, wie es aussieht, wenn man das platt gemacht hat. Ist noch viel besser. Lecker, ja. Fragt man sich doch, war der Spielemacher auf Drogen? So, und jetzt designe ich ein riesiges Auge, was ein Gegner ist. Und wenn es tot ist, ist es ein Haufen Mett. Ja. Das wird der Gedanke gewesen sein. Eindeutig. Leute, ich brauch die Gegner zum Spiel. Ein Heil durch die Wand. Kannst du dich die Wand schießen. Mit dem Angriff. Also mach. Ah, diese komischen Brunnen, die spawnen die Brunnen, diese komischen Ehrlichter hier. Sehr genau, da rechts und diesen Bossgegner, der spawnen die ganze Zeit, wenn ihr den sehen könnt, da rechts. Äh, warum bin ich jetzt tot? Ich will nicht tot sein. Oder das ist mir die Tatelbahn. Willst du das wirklich tun? Ja, Raid! YOLO! Okay, 37 Tote. Wer bietet mehr? 30, 30? 6. Oh man, Mikey. Das ist total nervig. Man muss so schnell die Viecher platt machen. Ich lenke mal ab oder versuch's. Zumindest droppt da ein bisschen was an Essen, ne? Äh, glaub's dir. Ich such euch gerade, aber irgendwie geh ich falsch. Bist du von hinten drauf? Ich versuch's, um zu mir zu locken. Jawoll, es funktioniert! Ah, bis, bleib hier und help. Sehr gut. Yes. Wär schon. Renderen. Teamwork! Immer wenn ich Mana hab, heil ich einfach irgendwen so lange suche ich. Achter, Render, da unten im Kreis rum. Ja, ich, ich, ich will das Ding nicht platt machen. Ich warte mich daran heilen, Leute! Ach, der sagt es doch. Hier ist noch Apfel. Und da ist noch ein Apfel. Warum, wenn ich will so komisch rund rum und warte auf Gegner? Ja, keine Ahnung, weil du keinen Plan hast und so Talipanik schiebst. Was ist das, was ich denn? Ne, tot. Ich lute die Gegnerregel echt aus, was mir mal geht. Ja, da hat ja vorhin einer einen verbraucht. Ja, klar, das war jetzt meine Schuld. Ja, irgendwie schon. Oh ja, da unten sind wieder neue Gegner, da gibt's jetzt Magier, Sven. Siehst du, die Magier, ja. Die schießen Lenkeschosse und, äh, übrigens, da waren Tentakelmonster. Ja. Das hab ich vergessen. Leber aber noch. Und die Magier, die schreien, ganz widerlich, wenn sie draufgehen, das von übel. Und es ist halt wie wie ein Schwein. Oh. Da und der Gegner. Shit. Oh, really? Oh Gott! Ah, danke für den... Das ist das Spiel, das ist ein Dungeon. Ja. So nicht. Also ob man sich überlegen muss, wo man hin musste und so. Ah, nein. Nein, ich bin ja gerade angegriffen und ich bin aber in den Optionen verdammt. Dann geh raus! Mist. Ja, das war gar nicht so leicht. So. Ich steh mich auf, Tentakelmonster! Gott, jetzt sterbe endlich, du Scheiß-Tentakel-Ding. Das wäre voll cool. Und so. Da seid ihr. Danke! Meine Fresse. Oh, ich hiel mich jetzt an den Monstern. Ich finde, Tentakel, dass ich mir ein Monster hielten könnte. Ja! Praktisch. Oh, da unten gibt es ein bisschen Zeug. Das schnapp ich mir. Ich nehme diesen Raum rein. Das ist Tentakelmonster jetzt endlich killen, aber das hat verdammt geleben. Okay, ich hau auch so ganz lang. Yes, oh, eine Schatzkammer, wie sie im Buche steht hier. Ja, wunderbar. Okay, Tentakelmonster vorgibt, ich hab'n Wendorcoin. Da unten, glaube ich, noch Augen. Und noch mehr Coins. Money, 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 money. Money, money, money. Da muss man im Endeffekt diesen Gang entlang allerdings von der anderen Seite. Weil das ist tödlich. Ich hab's versucht, sogar mit maximaler Lebensenergie, ohne Neid, mit vollem Manna, dadurch zu retten, man kommt nicht durch. So, ich will zu den Wendor da. In der Mitte dieser Feuersbrunst. Oh, meine Lieblingsfalle. Warte mal. Welche? Die Feuerfalle. Da kommt später so ein riesiger Abschnitt, das ist total widerlich. Wobei der ist tatsächlich mit dem Neid, ist die Falle ziemlich gut, weil, also nicht so schlimm, weil der kann da einfach durchrennen. Oh, ich werd geheilt. Ach, scheiße, stimmt ja. So, ich hab jetzt mein ganzes Mana in euer Leben investiert. Vielen Dank. Das ist auch deine Aufgabe. Ja, aber eigentlich wollte ich erwarten, bis ihr mehr Tote habt, als ich, bis ich das anfange. Oh. So, dann zum Händler hin. Geschenk! Geschenk, jawoll! Wann ist das letzte Geschenk her? Oh, 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 oh. Wir wissen übrigens immer noch nicht, was die Geschenke bringt. Alle Zuschauer, die wissen, was die Geschenke bringt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Schreibt es in die Kommentare. Falls irgendwer jetzt schon geschrieben hat, nachdem er das Video gesehen hat und sich jetzt aufregt, äh, ihr habt mein Container nicht gelesen, auch. Lesen, äh, das liegt daran, dass das hier eine einzelne Aufnahmesession ist. Ah, ich bin dort. Richtig. Weil sonst geht's auch gar nicht. Ja, komm mit! Wo waren die Händler, von denen ihr gesprochen habt? Ihr rennt am Arsch der Welt rum. Am Arsch! Wo ist dein Händler? Wartet auf mich, ich bin doch noch ein Warlock. Und so hell bist du denn? Hinter euch. Oh, da! Was? Oh, my. Au, au, yeah, ich bin durch. Oh, 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 oh. Weg ist weg. User-indul-timing-up. Wieso ist der Time-Out? Weiß nicht, aber ich trau der ganzen Sache hier nicht, weil hier bewegt sich gerade überhaupt nichts mehr. Internet-Konnektion von ihm. Okay. Du bewegst dich doch. Hier, wir kommen. Die ganzen Fallen bewegen sich hier nicht und dem trau ich jetzt nicht. Auch. Leute, ich seh das nicht. Au. Warum sind die Fallen so stark? Nein, 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 ich hab einen Trank. Okay, ich muss den Trank gerade verwenden. Echt, yes! Echt, yes! Wie komme ich denn zu dem Typen? Ich glaube, ich sollte mich beeilen, solange es bei mir noch nichts auslöst, weil bei mir werden die Fallen gerade nicht gespawnt. Das ist super. Dann mach. Ach, gut. Oh mein Gott, Electrical Storm, was ist das denn? Das ist der Wizard-Zauber, der Warlock-Zauber, der Üble. Ich will den... Hä? Wie kann ich den auslösen? Auf der dritten Benutzentaste. Du hast drei Tasten insgesamt. Genau die. So, hast recht. Der ist ganz witzig. Ey, das ist geil. Oh, das ist ja geil. Cool. So, ich hol mir Meteor Strike. Cool. Meteor Strike. Erholen, holen, 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 gezeig. So, das ist ja geil. Ey, Gott, holt. Ja, aber ich habe jetzt sogar vier. So, ich bin jetzt. So, ich bin jetzt. Wir kommen noch, ob ich den rauskomme. Ich bin richtig erinnert. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich bin aus dem Teamspeak rausgeflogen. Ja, aber nein, ich bin nicht da. Bitte, bitte. Ah, ja. Ich finde es, ich finde es echt witzig. Bei mir werden die Fallen nicht angezeigt. Ich konnte dann folgen mir mal. Wo bist du? Da bist du. Der kann einfach durchlaufen. Nein, das war, oh Gott. Danke, das wurde nicht angezeigt. Hat es kaputt gemacht. Probier das mal als Gegner. Ich bin allmächtig. Versuch das mal bei Gegner. Vielleicht treffen die dich auch nicht. Da unten sind Gegner. Versuch das einfach mal. Das will ich jetzt wissen. Hier. Moment. Gegner. Hier. Na komm. Wo sind Gegner? Ne, das... Schade. Moment, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ich bin tot. Scheiße. Ich hätte noch eine Idee, das könnte ich jetzt zwar umbringen, aber... Hey. Es gibt doch eine Falle, vielleicht wird die auch nicht ausgelöst von dir. Weil dann könntest du ein Secret holen, an das du eigentlich nicht rankommen solltest. Das ist da oben. Oh, oh. Mir schwarzen übeln. Jetzt mal hier durch. Weil hier wird normalerweise solche Pfeil-Dinge. Ich weiß. Bleib mal weg. Alter, der Likingstorm ist übertrag. Das glaubst du. Leute, ich bin der Stärkste von uns. Warte, ich lauf mal in eins rein. Ob ich Schaden kriege. Wisst du, hier leckt es zu arg. Ja. Ah, so, jetzt bin ich hier drauf. Ah, doch, ich bekomme Schaden. Hi. Ne, kann nur durch die Feuerdinge. Ich bin hier der Feuermagier. Ich müsste die Feuerresistenz haben, ne? Ja, offenbar. Jetzt hab ich schon noch verloren. Bäm. Ich mach übrigens an so nem Auge mit dem, äh, mit diesem, äh, Meteor-Ding mach ich übrigens 75 Schauspunkte. So, und damit nehm ich auch wieder auf. Ja, hallo Leute. Haha. Mist. Ja, Mikey ist tot. Ja. Ah, Schnauze. Stell dir mal vor, ich hätte dir auch helfen können. Da habe ich das liegt um die Ecke. Okay. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann ich ein Time-Out hatte. Ähm. Ähm. Mikey hasst mich jetzt. Ja. Sag' ich mal so, schauen wir mal, wie sich die Zukunft jetzt noch alles beim Spielen hier. Aber Mikey, ich hab dir nichts getan. Wartet mal, kommt da mal alle raus. Ganz genau, du hast nichts getan. Okay, jetzt habt ihr jetzt den schon getötet. Was, wir haben Foto machen. Was, wir haben Foto machen. Ja, gut, heimlich. Jetzt geht er. Nee, warte. Warte, bis sie Hundertstunden annehmen, das bringt in dem Raum nichts hier einfach rein. Aber, aber, aber. Yeah. Ich bin tot, Mikey, als meine Waste. Lassen mich in Ruhe. Oh. Hey. Hey. Eeeey! Ah, wir... Ah! Ganz links dabei laufen! Ganz links dabei laufen, Sven! Da, wo ich bin! Wui! Bam! Wui! Au! What the fuck ist das? Ist das so? Also langsam wird es echt kompliziert, die ganzen Schüsse auseinander zu halten! Nein! Wir sind viel zu mächtig! Ja, so mächtig, dass wir jetzt schon... Keine Ahnung! Keine Ahnung, wie oft gestorben sind! Ich will den Chief Man! Oh, da oben ist noch eine Truhe und so! Haha! Ich bin der Secret Gold Area! Oh, cool! Schnapp dir die da unten, ist noch so Dings! Da kann, glaube ich, wirklich nur wirklich der Neid rein, ohne groß Schaden zu nehmen! Ja, ich glaube auch! Ich habe noch ein Secret gefunden! Sehr schön! Ah, cool! So ein lustiges Bomben! Wenn du weißt, was ich meine! Nein! Das wird sich kein Problem! Nope! Ah, geht's! Los! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Der Grand komplett! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Der Grand komplett! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ach, das sind so random, er hat den Beyblade! So random, äh, äh, generieren das Teil! Oh, das ist ja geil! Boah, hier ist die Apokalypse am Start, ey! Ohne Scheiß! Ah, hier ist... Ah, nee! Nee, Quatsch! Oh! Oh! Da oben ist neu in Ruhe! Mach die Ruhe auf! Von dem Ding hab ich grad geredet! Nö, da war nicht drin! Hm! Äh, wo war nicht drin! Achso, nee, aber ich hab grad auch die Fehler gehabt, grad! Bei mir sah's aus, die Truhe, wo du da grad links drin warst, wo bei mir, äh, leer! Mann, ist das ein Krach grad! Ja, mh, bei mir geht's! Gut, ich weiß, wie es fähre ich ein Video, es fähre ich ein Video, platz, die Ohren oder so! Ja, ich, ich hoffe auch, dass meinen Zuschauern das nicht zu, äh, laut ist! Und wenn doch, dann, naja, ist das jetzt halt nicht möglich! Hä, dann, dann, dann schreib's mal in die Kommentare! Ja, 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 ja! Dann schreib's in die Kommentare! Jetzt! Ich muss die Ohren weg platzen, wenn man das nicht hört! Das ist doch ganz viel! Na, wobei, ein bisschen, äh, leiser weiter ist es doch mal! Gott, der Zauber braucht so viel Mana wie noch was! Das ist so... Wir haben so ein kleines, äh, kleines, äh, Zwischenfeedback-Mal, wie gefällt euch denn das ganze Leute? Also, zuschauermäßig, wie gefällt euch denn das? Kannst du dir das Spiel vorher? Wie gefällt's euch denn bis jetzt? Mal nicht diese Tür, bitte nicht diese Tür! Bosskart! Nicht die Tür! Ah, wo ist der Boss? Ah, wo ist der Boss? Steht denn? Welche Tür? Hier bei mir unten! Ach so! Stirb! Ich komm! Oh, wo, wo, wo wartet! Wo denn? Ich fühl mich noch so ausgeschlossen, äh, ausgeschlossen! Hier! Oh, hier! Na, hier am Kämpfen! Ach so! Ah! Ah! Okay! Leider kein... So! Jetzt! Was doch mal! Yes! Na, na, so läuft das! Oh! Der Kompon-Händler! Vorsicht, hier ist übrigens wieder so ein komisches Vieh! So ein Tentakel! So! Du dir mal die Münzen, die da unten noch übrig sind! Uh! Ja, den Kompon-Händler brauche ich euch nicht! Ey, Typen können sich teleportieren, das ist doch unfair! Könnte ich warte jetzt noch, bis ich... Aber ich warte auch gar nichts! Gut gewartet! Ach so, ich bin tot! Ja! Ich hab nicht an dein Leben geachtet! Ich wollte eigentlich, äh, gleich aufm Lightning Storm warten, aber hab ich nicht gemacht! Fand ich zu langweilig! Ne, warte, ich war gestorben! Oh, ich bin auch schon wieder gestorben! Sekunde, Mikey! Ich helf dir! Pratzenfix! Boah, sieht das geil aus, ey! Ja, der Warlock... Ja, der Warlock... Das ist ja der Hammer! Der Warlock ist der Stylischste aller, aller Kreaturen! Ich mag meinen Meteorit auch sehr! Schon allein, weil der... Weil der Meteorit... Jeder Meteorit hat so einen Splash-Dammest und macht 77 Schadenspunkte! Einfach mal so! Ich hab am Anfang gedacht, das sei ein Gegner, der mich irgendwie töten möchte! Ich hab am Anfang immer gedacht, das wären diese Bomben gewesen, also... Ach, die Tür ist ja praktisch... Da kommen wir, glaub ich, auch von oben irgendwie rein! Bin ich mir aber nicht sicher! Zur Not kann man sie ja immer noch öffnen! Jo! Na dann? Dann holen wir uns mal die Gegner wieder! Wenn hier irgendwo noch welche wären, Mikey und ich haben gerade gut aufgewandt! Äh, hier geht's doch nicht weiter, glaube ich, wir müssen Wender da rechts durch! Ja! Ja, 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 ja! So muss das sein! Oder wir müssen... Oder wir müssen... Nee, nee, das ist ein Grund! Das ist zurück! Nein, ich glaube, wir müssen wirklich die Tür öffnen! Oh, nee! 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 Ich bin in der Mitte, ich bin tot. 35 Tode, oh mein Gott! Schwäch legen! 37! Jetzt ist die Frage, warum... Ach, ein Reisen! Sehr gut! Ich hole auf! Der Archer ist 7! Oh, nee! Das geht ja gar nicht! Und ihr lasst mir ja das Geld liegen! Yes! Alle tot, alle tot! Warte, ich versuchte uns den Target-Vie zu töten. Kommst du da schon ran? Klar, mit dem Thunderstruck. Ach, stimmt ja. Sehr gut! Komm schon, bitte geh tot! Ja, aber jetzt ist er schon mal tot. Deshalb, ich hab dem jetzt gerade eben 2x77 Schaden pro Angriff gemacht. Also, hey! Stirb! Ich mag den Dings. Den Meteoriten. Und das geile ist, den kann ich nochmal aufrüsten, den Meteoriten. Das heißt, dass 5 runterkommen. Cool. Bocker, ja. Ich glaube, ich kann meins auch noch aufrüsten wegen der Reichweite und der Läger oder sowas. Klar, ich brauch Geld. Vor allem Geld! Geld, Geld, I say! Money, money! Ey, der teleportiert nicht immer, blöde hoher! Ey, der teleportiert nicht immer, blöde hoher! Einer noch! So! So! Yay! Oh, ein Passage wurde geöffnet! Die habe ich auch jetzt wieder nur so eine Shortcut zu gehen. Ja, cool! Ah, ah! Ne, doch nicht. Schade. Ich dachte schon, hier schon wieder eine Passage entdeckt. Und nichts war. Ja, da könnten wir auch hin. Allerdings nicht jetzt. Da, da müssen wir ja später. Das ist, glaube ich, wenn wir die in einen anderen Gang gegangen sind. Dann können wir. Gibt's uns einen prozentualen Liveboost? Nee, der Liveboost ist immer plus fünf. Oh, okay. Das ist doof. Aber leicht. Komm her! Komm her! Komm her, ihr Assis! Die andere Tür findet uns im Endeffekt. Einfach rüber als den dritten Schalter, den wir noch drücken lassen. Ah, folgt dem alten Mann, bitte! Komm mit! Okay. Ja, wir auch. Yo! Alles zerstören! Alles! Aktiviert! Und weiter geht's! Keine Ahnung. Wie viele Planken haben wir eigentlich schon gefunden hier? So, jetzt müssen wir in... 10.003. Das ist aber schön. Nee, Quatsch! Wir müssen... Nee, wir sind jetzt am unteren Stockwerk. Quatsch! Wir müssen wieder hoch. Jo! Nein! Und dann shoppen gehen! Yay, shoppen! Oh, da hat irgendwer mir Geld liegen lassen! Meine Fresse! Weil den Penny nicht ehrt, ist das Thaler es nicht wert! Der braucht auch net Geld! Das habt ihr denn von Dagobert Duck gelernt! Ja, ich merk's! Offenbar nicht euch alle hinrichten! Also, was mir irgendwie noch fehlt, ist so ein Skill, der über Zeit leben regeneriert. Einfach so. Ja, gibt's das überhaupt? Also, ohne Mana zu verbrauchen, so wie mein Heal. Nee. Nee. Gibt's das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Das wäre auch ein bisschen abartig. Ja. Achtung, Centakelmonster! Und die! Und die! Hm. Sammeln noch. Hier ist übrigens ein Vitality... Ah, ne! Nee, die sind hinter dem Gitter, da kommen wir später hin. Da ist noch irgendwo eine Wendorcoin. Was mondieren? Oh, scheiße, da... Was bist du? Keine Ahnung. Ah! Ah, da ist wieder so ein Boss. Da ist wieder so ein Boss. Da ist wieder so ein Boss. Wir müssen uns gleich entscheiden zwischen Vitality oder... Oh, ja, das dauert noch nicht, müssen wir da runterkommen. Wir haben hier oben noch ein bisschen was zu tun. Okay. Au. Dann können wir uns erstmal um oben. Hä? Ha! 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 Na klar! Nimm mir einfach alles weg. Ja, gerne. Mach ich doch. So. Und Leg. Ja. Ich nehm mal an, diese Legs, wo dann alles steht, ist dann von mir aus. Weil, wenn ich die Legs hab, äh, ist halt keine Verbindung da. Ist dann die Host-Verbindung. Ja, das, äh, klingt logisch. Alter, wenn ich das Schild auf hab, also die, die Combo an hab und den Feuerball mach, mach ich 103 Schanspunkte. Manni! Ha! Ja, geil. Yes. Drei! Oh. Viele Viecher. Da sollte ich doch mal meinen Lightning Storm rufen. Yay! Oh, ein Geschenk! Oh, das brauchen wir ja. Yay! Das Spiel heißt eigentlich Hammerwatch Find the Present. Wer's nicht weiß. Ja. Äh, nein, ich bin tot. Gott. Na, ich wollte dich gerade heilen, aber ich bin in so einer Tentakelmonster wie ich, Area. Ja, ich auch nicht stehen bleiben. Klar, das glaub ich nicht. Nein, das ist so, das ist die traurige Wahrheit. Okay. Ja, das ist zumindest die Wahrheit. 4 to go. Wir müssen hier übrigens wieder Schalter finden. Seh ich grad. Alter. Aber komm, jetzt helf ich Mikey auch mal. Ja, noch mehr von diesen Leuchte-Dingern. Was? Bitte noch mehr von diesen Leuchte-Dingern. Ich hab noch keine. Oh nein, du wirst keinem angeschrieben. Der Paladin hilft euch allen dann dabei, eure persönlichen, privaten Probleme zu klären. Ich hab gerade ganz andere Probleme. Ach, doch nicht. Jetzt hat's meine Kombo aktiviert. Komm halt, stell dich nicht auf beschäftigt. Hör doch auf damit. Oh nein, Boss-Time, Boss-Time! Warte mal, kann ich den hier nicht einfach wegsetten? Ähm... Oh ja, das geht ganz gut. Das geht ganz gut. Bin tot. Aber ich kann grade nicht mehr, äh, die Dings machen. Alter, du blöde! Du musst irgendwas machen, weil der spawnt die ganze Zeit. Ich versuch schon draufzuhalten, wie es geht. Wer seid ihr eigentlich? Weil der kann einen ganzen Raum voll spawnen mit Gegnern. Ich hab grade gar keine Ahnung, wo ihr seid. aber irgendwie... Ach, also ich... Ich bin aber tot. Aber... Du bist aber tot. Du hast doch schön ein Damage-Boost beschert. Mein allerletzter Schlag. Ich bin so schweiß. Warum? Ich bin so schweiß. Ah, ihr seid da oben, okay. Ja, aber ich bin halt mal allein. Im Endeffekt... Ich kämpfe mich hier durch die Gänge durch. So, jetzt sind wir zu dritt. Das heißt, wir haben den Paladin verloren. Lass ihn zurück, er ist tot. Yes. In meinen Augen schon. Nein, ich bin nicht tot. Na gut, dann bist du verschollen. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Ja, und den können wir genauso verwenden wie du. Wir brauchen dich nicht. Aber ich bin nützlich für das Gesamtwerk. Jetzt sag ich alle und dann sind dich schwanger. Ja, nee, schwanger glaub ich jetzt nicht. Schlüssel! Doch, doch. Du kannst schwanger werden, glaube ich. Okay, dann nutze ich diesen kurzen Moment, um zu gucken, wer mir bei Skype schreibt. Ja, okay. Den hast du zu schreiben, du blöde Hure auf mir zu schreiben? Nein, der ist keine blöde Hure. Mit dem hab ich schon mal meine Kraft aufgenommen. Okay, dann ist er eine dumme blöde Hure. Ah, schön. Labbern. Nein. Oh nein. Ah, Bombe. Das Takel-Ding weg. Ah, toll. Jetzt bin ich hier bei dieser fetten Feuerfalle, falls das irgendjemand was sagt. Final Fantasy? Äh, FF? Ne, FFF. Die FFF, genau. Triple F. Die fette Feuerfalle. Und ich bin da so ein bisschen so rumgecharged, aber ja, hab halt keinen Weg gefunden, deswegen bin ich wieder zurückgeflüchtet, weil ich nicht sterben wollte. Das war's. Das war's. Das war's. So. Nein, scheiße. Ich renne noch durch. Super. Yes. Jetzt bin ich gerade auf dem Skillsstand, auf den ich kommen wollte. Jetzt kann ich überall reinrennen. Das ist so geil. Steppoint. Yeah, den brauchen wir. Ja, aber dieser Checkpoint ist bei mir, das heißt, wenn ihr bei euch jetzt sterbt, kommt hier zu mir. Kommt an Kenntler. Offensemler. Und eine Menge Geld. Oh, schneller gibt es noch Bonuspunkte. So. Ich hab mal nicht einfach alles gekauft. Ich hab mal gespart. Ja. Also ihr seid bei den Händlern? Ja. Auf als Händler. Ja. Okay. Toll. Gott, wie viel Kohle, ey. Verdammt. Ich hab einfach alles gekauft. Jetzt ist Marischar die bekloppt. So. Nächsten Händler. Ja. Den brauch ich nicht, den Kerl. Von nur noch ein ganz klein bisschen geholtern hab ich alles, was ich will. Was time? Oh, was time. Ja. Wo denn? Wo? Minibox da. Ich bin nicht auf der Karte zu sehen. Mist. Nein, ich bin gestorben. Ach. Hab ich wieder drauf. Ah. Oh, Mann ey. Ja, mach das. Ja, wisst ihr, ich hab's beschlossen. Ich mach das Spiel einfach alleine. Mach mit. Ja, natürlich. Ein... Let's play together alone. Let's play alone together. Let's play together stand alone. Hahaha. Last man standing. Ding. Passage has been revealed. Ach so, da. Das war, glaub ich, hier unten, ne? Nee, warte, doch nicht. Ja, aber für meine Zuschauer gibt's jetzt grad wieder ein bisschen Action, Leute. Aber wenn ihr wissen, was die anderen machen, dann könnt ihr einfach das Video von denen gleichzeitig gucken. Und dann seht ihr beides. Gleich wer... Oh, warte, das ist gut für uns. Hahaha. Oh, ich geh, glaub ich, noch mal zum Händler. Ich glaub, ich hab jetzt perfekt Geld dafür. Oh, nee. Ah, ich brauch noch 500. Ah, ich hab... Oh, nee. Ich such grad mal den anderen. Ich hab meinen Lightning-Tracker so verstärkt, ne? Das wird mein absoluter Lieblingsangriff, glaub ich, ja. Auch wenn er mich... Nein! Du bist gleich, glaub ich, aber direkt bei uns. Nee, warte, bist du nicht. Wir sehen uns immer andere Checkpoints auf. Ich bin bei euch. Du bist bei Gauthock, nicht bei uns. Ah, ich seh Feuer vom Himmel regnen. Das heißt, er muss in der Nähe rein. Weil ich den Checkpoint dort gesetzt hab. Wieso bin ich bei euch? Ich wollte... Weil wir die Checkpoints... Oh, nee. Aber jetzt ist da unten irgendwo, wo ich keine Ahnung hab, wo das war, ein Gegner fast tot. Da kommen wir schon noch hin. Leck? Leck. Lecker. Oh, nein. Leck, aber lecker. Leck. Oh, nur ein Leben. Ja, war nur ein Leben. Hey, ein Leben, ey. Das brauchen wir voll. War nur ein Leben. Das ist schon Leben. Jetzt muss ich mich nochmal eben... Nach rechts. ...orientieren. Wo ist denn hier dieser Händler? Ja. Ach so. Ach so, Tentakel. Teil der Viech. Aber können das golden Ding aufmachen, yay. Tentakel schon. Ja, jetzt grad ganz schön auf die Maul gekriegt. Rusch. 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 Ruh. Rup. Rusch. R佛. Die Maiset. R Sung. Rlassenário. sagt ja und ich habe kein Leben nur ich habe den Boss von der Eben getötet okay wenn ich in den Kampf gehe ich nicht drauf aber hier irgendwo lag einen Silberschlüssel rum oder ist eine Wendor-Coin in der Wand ich hab mal diesen komische Hentai-Ding wo man da dran kommt ja genau da allerdings genau da kommen und dort sehr gut ich kümmere mich um den Raum okay oder ich bin bei einem Eidemann nämlich dass er und die von Sandler hier irgendwo kommt man dann hier irgendwo muss man hochkommen ja dann links neben dir da sind die Augen und ich würde sehen ja ich bin dann auf der Weg zum Euro aber wie geht das über die Wand bricht ein die Wand bricht ein das war Na, kommt noch her, Viecher. Aua, was hat das Ding gemacht? 42 Schaden. Oh, oh. Übertreib halt. Wenn ich sterbe, sind ich direkt nebenan. Egal, wer jetzt stirbt das direkt bei mir und Paladin. Jack, Mann. Ja. Nein! Okay, 45 Lede gestorben ist. Geil, meine Bomben machen jetzt 60 Schaden. Lassen wir das Ding. Nein, nein, ich kaputt noch. Sorry. Ich wollte mich heilen. Ja, sag doch vor zwei Malmögen. Ich sag ja, ich habe wunderbar am Tod. Ich meine, wegen Heilung. Kann ich auch. Nimmt. Hab ich vergessen. Oh. Gelegentlich ist es mit dem Defense-Händler. Der ist offen. Ich habe ihn geöffnet. Wir haben keinen Schlüssel dafür. So. Ja, verdammt, falsche Seite. Oh, nee. Lass uns gemeinsam sein. Ich glaube, wir müssen da noch direkt zum Boss sein. Wir haben zwar irgendwie den Secret-Raum oder sowas übersehen, aber keine Ahnung. Ich glaube, wir können jetzt auch zum anderen Händler, zum Beta-Raum oder vier Händler. Eigentlich schade. Ja, dann habe ich noch zwei Leben. Boah, ich habe noch zwei Leben. Nee, nicht da lang. Ah, so. So, okay. Ja. Oh, jetzt ist es bei der Checkung. Man ist nicht in Kohle. Ist hier viel Kohle. Also. Ähm, wahrscheinlich. Frage so. Gut. Okay, ich habe mir jetzt auch noch eine Effiziente rein geholt. Kommt. Aber ich kann mir nur noch weiter einen Mana-Pool kaufen, das ist ja richtig unnötig, der Händler. Was ist mit dem Gang? Oh, ja, Leute, das riesige, das riesige Lager, das riesige Feuerfallen fällt. Aber da muss ich mir nur noch hin. Ja, ich habe es gefunden. Okay, sollen wir da hingehen oder soll ich die anderen suchen? Äh, sollen wir da hingehen? Okay. Ich bin tot. Okay. Aber hier, komm zum Feuerfallen fällt Paladin. Ey, ich betrachte doch vom Paladin. Yeah, yeah, yeah. Ja. 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 Nee, du musst doch runter zum Feld. Ich gehe hoch. Ich gehe hier oben rum. Oben. Okay. Ja, gut, von unten rum habe ich schon alles gekleert, dann gehe ich da nochmal lang und ich, äh, ich warte, dann mal ein bisschen, ein bisschen mehr Mana habe und dann charge ich über das Feld. Ich bin durch dieses Feuerfallen fällt. Oh Gott, wo seid ihr schon wieder alle? Ja. Ah, und bin tot. Oh, was ist der Paladin? Oh, ihr seid bei einem anderen Feuerfallen fällt. Ich komme. Wir wechseln. Oh, doch nicht. Ja, deswegen. Ah. Da ist nämlich auch der Secret Room. Aber wir haben, glaube ich, nicht den Schalter, um da hinzukommen, ja? Der Secret Room. Der geheime Room. Der Secret Room. Ach Mist, jetzt spawnen die Feuerfallen wieder richtig bei mir. Ja. Okay, Sackgasse. Na, hier geht's. Ah. Schaufein sind scheiße. Kommt man hier nicht hoch? Ach, schade. Noch drei, noch zwei. So, dann gucken wir mal. Da haben wir ja hier so. Da. Da habe ich nicht lange gehen. Ja, ja. Wir müssen da unten, sieht ihr da unten den Secret Room so? Da müssen wir hin, oder nicht? So ist Spaß, einfach so. Ja, das kann so. Ja, jetzt vielleicht irgendwo hier im Durchgang wieder, in der Wand. Habe ich mir auch gedacht. Oh. Oh. Hauen wir mal. Gute Fahrer jetzt. Oh, wow. Aber es ist zum ersten Mal wieder alles vereint. Ja, das stimmt. Ja, aber wir kommen von vorne, ja, ähnlich, wenn vorne sind die Schluchter vorne auch. Das sind also irgendwie vom, vom, ah. Geht's vom Feuerfallenfelder vielleicht hin? Was keinen Sinn ergibt? Eigentlich nicht. Ne, ja, eigentlich nicht, aber ich gehe trotzdem mal. Ah, Moment. Er ist so sauspät aufgelaufen. Ich glaube, ob ich sehe es. Moment. Es lag gerade wieder. Moment. Teil mich aus, oder? Nee. Ja! Das ist doch ein Secret Pass. Alter, da rast doch voll rein. Oh, nee. Au. Ah, cool. Da menge Geld. Ich habe noch einen Schalter gefunden. Habt ihr den gefunden? Nein, ich habe einen Weg zu so einem Schalter. Ich nehme an, das sind fünf Schalter, die wir drücken müssen. Zum Teleporter führen. Geh ich mal von aus. Ah, okay. Ach, ich habe noch einen Schalter gefunden. Ja, Sam. Das ist der Secret, das ist in der Welt. Das ist total cool. Jetzt kommen wir aber noch nicht hin. Ah, Moment. Da drüben ist man aufgegangen. Ah, look at this. So. Hm. Oh, was? Oh, ein Rätsel. Mit? Oh, 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 oh. Das ist Simon Sarkt. Oh, ja, das war ein Rätsel. Das ist Simon Sarkt. Okay. Nehm ich das... Nein, wir... Ach so, das... Nein, wir müssen immer das... Wenn wir richtig haben, dann hört das Ding auf. Also, X beginnt. Ah. Nein. Nein, X beginnt. Nein, wir müssen immer wieder neu drauf. Wir müssen neu drauf. Heil uns mal, irgendwer. Ja, das war falsch. Doch, auf das... Ja, bin doch schon dabei. So. Äh, nochmal. Ne, warte, Kreuz. Nein, ne, Dings, Kreuz. Dings. Ah, warte, ich kann noch nicht. Dings, Kreuz. Und Welle, genau. Dings, Kreuz, Welle, Kreuz. Dings. Kreuz, Welle. Kreuz. Dings, Kreuz, Welle, Kreuz, Dings. Nein, warte. Nein! Was macht das? Keine Ahnung. Warte, ich geh schon mal raus. Yay! Ah, tot. Das komische Ding da oben. Da stand der. Okay. Äh, Kreis. Kreis, Welle. Kreis. Ne, Ding. Kreis, Welle. Okay. Ding, Welle. Kreuz. Ich nehm Kreuz. Welle. Okay. Kreuz, Ding, Welle, Kreuz, Ding. Welle, Kreuz, 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 das Ding. Das hier, ich bin? Nur noch einmal. Was kommt jetzt? Äh, Kreis. Ah, look at this. Ja! Ja, sehr schön. Sehr gut. Jawohl. Nichts wie hin, nichts wie hin. Geh doch! Oh, Ränder! Yeeha! Ja, ich wollte dich erstmal noch heilen. Bonus 3. Ja, auf geht's. Jawohl. Bonus Zweck! Ja, die... 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 Die Skelette, die fall jetzt auch einfach... Money, money, money. Oh, nee. Wee! Wee! Oh, nee, da war ja schon die Wand. Natürlich, man, die uns schaden. Gegner. Aber die tun es da, die machen uns doch schaden, aber wenig. Gegner, die Schaden machen? Wüsste ich gar nicht, dass sie... Ich hab immer... Ich hab nie eine Ahnung, dass sie einen Schaden machen. Hä, in welchem Spiel gibt's denn sowas verrückt? Als nächstes kommst du, wenn man Schaden genommen hat, dann ist man tot. Zu viel. Ah, kein Mana! Ne. Ich halte ja nichts von sowas Neumodischem. Ne. Schaden im Spiel, das setzt sich nicht durch. Also wie Speichern und sowas. Oder die Jubiläte. Ja, genau. Oh, das ist der Exit. Das ist der Exit. Ne, da waren wir nicht hin. I, Exit. Exit. Ich will hier... Einzige. Aha, aha, aha. So. Oh, wieder Money. Ich hab 3600. 4000, ich hab 2000. Shit. Haben wir alles? Na, haben wir alles? Ne, das sind uns. Kannst du sein. Wir haben noch drei Schlüssel. Wir können eigentlich nicht an die Warte wissen, die wir auch so haben. Paladin ist schuld. Okay. Waiting on Jake Waco. Danke. Hey, Jake. Oh, hi, Jake. Diamanten. Okay. Yes. Ah, cool. Diamanten. Oh, nice. Diamonds. Oh, cool. Lass du aufhören bitte zu singen. Super. Mein Brand, like a diamond. Was? In dem Bereich. Achtung. Ah. Warte, warte, warte. Ich bin hier der alte Mann. Du wirst mir wissenschaftlich lösen. Ich wette, es ist, äh, Sekunde, lass mich. Super. Jetzt willst du mir nicht fast fallen. Das ist Try and Error, meine Fresse. Da, da. Ach, Mann, lass mich doch mal. Ja. Wow. Das waren sogar fünf Leben, ne? Oh, wohin? Wohin hat es die? Oh. Ich bin begeistert. Das ist die, das andere Seite von dem Dings. Von dieser komischen Falle. Warum rennen wir eigentlich alle da lang? Sehr gut gemacht. Sehr schön. Au, 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 altos. Yes. Put the plank. Oh, ja. Oh Gott, 5000, super. 3000. Jawohl. Sehr cool. Ja, am wenigsten Geld, ich bin von der Arm. Ne. Gibt's da unten aber halt, ne? Ich sehe ja überhaupt was. Ja, da waren wir gerade drin. Nein, ich bin der Letzte. Warte mal, Paladin, Paladin, komm mal, komm mal, komm mal. Oder, oder auch nicht. Ja. Mann, Gautos. Wir müssen immer alle so lange auf dich warten. Alter, ihr redet nicht so von mir. Wartet. Wenn ich euch verprügele. Okay. So. Keine Ahnung. Ich hab die Orientierung. Ah, ich sehe was. Ich sehe was, ich sehe was. Ich sehe was. Mann, beeilt euch. Und ihr habt schon wieder Geld liegen lassen. Ja, und das habt ihr alle. Alter, da waren wir doch schon. Oh Gott, da viel Geld da unten. Und da oben. Ja, aber da unten. Offenbar nicht. Nein, da liegen jetzt noch ganz viele Gegner. Da helfe ich euch jetzt nicht. Ich gehe jetzt erst das Geld raus. Ah, Postgegner. Postgegner. Ah, wuhu. Ah, ich hab den ganzen Raum alle geklärt. Wie geil. Ah, ne. Das ist das Hinterfee. Yes. Ich kehle das Hinterfee. Niemals. So. Ja, ich hab alles Geld hier liegen lassen. Hier hinterfiegt uns. Wir waren hier schon. Ich... Ja, dort nicht. Also hier hinten so. Aber hier hinten nicht, wo wir sind. Ja. Sehr gut. Und ich war da schon mal gar nicht, weil ich war immer woanders als hier. Äh, irgendwo ja. Hey, ich hab einen goldenen Schlüssel gefunden. Haben wir noch einen gebraucht irgendwo? Da vorne so, zeig. So, rumlaufen. Goldene, äh, keine Ahnung. Ja, ja, die Viecher, die tauchen hier. Äh, der Gegend, der hat mit hinteren Viechern, ne? Ja, ja. So. So. Pentacle Monster. Ich hab 6000 Münzen. Nein? Ich brauch wieder nen Händler. Nein. Hm. Ah, die Feuerfalle meint ich hier. Ja, genau die. Genau die. Ah, das ist die andere Seite, wo ich schon mal war. Hier war ich schon mal. Oh, ich glaub ich weiß, wie man was drankommt. Das ist... Und Leck. Die Gröd hab ich schon mal gelöst. Leck. Oh. Leck, immer noch. Oh, sehr schön. Das kann ich nutzen. Jawoll. Au. Die Ballen hab ich noch nicht ausgelöst bei mir. Super. Au, 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 au. Sven muss das büßen. Norin, Schlüssel. Super. Mann, das hier alles rumliegt noch, ey. Gott, toi, geht vor. Also, wir müssten hier irgendwo nen Schalter finden, um diese Spikes zu deaktivieren. Ähm, ich weiß auch wo. Das ist links unten irgendwo. Ja, ja. Den kann... Den kann der... Der Paladin kann den erreichen mit seinem Ramangriff. Weil er mehr als 200 Lebenspunkte hat. Die Fallen machen nämlich 200 Schaden. Okay. Ne, du brauchst nur einen einzigen Ramangriff. Dann muss ich jetzt aber... Dann muss ich dein Ramangriff direkt in Richtung Schalter, während du direkt am Schalter stehst. So. Du kannst auch da lang gehen, ja. Falt. Ich sterb mal. So. Oder du stirbst. Das geht auch. Okay. Dann versuch ich das jetzt. Warte, warte, warte. Noch nicht. Er kommt schon... Er kommt schon drüber. Er trifft den Schalter und stirbt dann. Komm. Aber er trifft den Schalter. Er trifft den Spikes. Komm. Komm. Ähm. Komm doch. Ne, du sollst nicht... Du sollst nicht so rüber. Er kommt jetzt von oben. Du sollst... Komm, wo ich war. Ach so. Okay. Nein. Du sollst es mir folgen ohne zu bremen. Du brauchst dein Leben. Ähm. Wo ging das nochmal? Hm. Der Penislatin. Jetzt hier. Jetzt hier. Dann praktisch von hier so quer rüber. In dem Winkel ungefähr. Nein. Ja, du kannst... Du kannst ja feststellen. Moment. So. Und das verkackst du nach richtig aus. Oder du verlierst jetzt ganz viel Leben, dass es unmöglich ist zu schaffen. Du... Du kannst auch so feststellen, wenn du quer stehst. Nee, ich kriege das aber mit meinem Gamepad grad nicht hin. Kannst du so feststellen. Ich weiß noch nicht mehr, welche Taste das ist. Ja, ich kann das feststellen, aber das... Das Problem ist, dass ich nicht schräg in die Richtung hinkriege. Toll. Moment. Wie wärs, wenn wir das einfach lassen? Nö. Ja, wahrscheinlich. Ich glaub auch nicht, dass das gedacht ist, komm. Blödes, ich hab das schon mal gelöst, aber ich weiß nicht mehr genau... Ja, aber... Du hättest ihm Leben ersparen können. Viech. Da ist eine goldene Tür auf jeden Fall. Sie haben einen Räumenschlüssel. Ja, hinterviech, weiß. Ist das... Yes. Gut. Ach, dann fiss ich das hier oben. Das Ding ist tot. Gold. Nein. Da hab ich schon wieder verloren. Sooo. Das ist... Alter, wir sind jetzt teilweise schon über die 40 Tote und Mikey noch nicht mehr über die 10. Fart Sache. Richtig krass. Guck auf die Karte. So ein Cheater, der Junge. Hä, wo seid ihr? Bei Skillmann. Skill und ich hab die Karte. Mit Magie. Yes. Yes. Schnitzel fix. Nice. Ist das wieder so eine relativ langweilige Fassade für meine Zuschauer, aber... Ist doch egal. So, Herr Schalter, wir können zum Boss, gehen wir zum Boss. Ja, dann hol sie dir, Mann. Ich will den Wendor keinen. Mann. Ja, ich komm da nicht dran. Oh, und der Boss steht schon vorne vor der Tür. Jo, ist ja wurscht. Okay, das sieht wohl so aus, dass wir doch schon zum Boss gehen. Ja. Nein, keinen Schritt weiter. Habt es jetzt. Danke. So. Ja, der teleportiert sich im Raum rum und im Endeffekt ausweichend schießen. So, jetzt kommt der Licht. Mal kurz zusammengefasst. Ich hol mir natürlich wieder hier so eine Unverwundbarkeits-Potion. Okay. Ich werde mich noch mal heilen. So. Also, die Unverwundbarkeit wirkt wirklich unverwundbar. Ich hab mir jetzt noch mal Unverwundbarkeit gekauft. Einfach so, weil ich's kann. Wenn der übrigens ab einer gewissen Zeit, geht der hin und tut sich in fünf Duplikate teilen. Da ist immer eins der Original, aber die Duplikate töten ist halt gut, weil die nerven einfach. Ja, ja, der teleportiert sich die ganze Zeit. Oh, nö. Mist. So lange hat die Unverwundbarkeits-Potion leider nicht gehalten. Dann müssen wir... ...den mit Televiten arbeiten. Ich hab mir den Pauschlein. Der teleportiert sich. Alter, was war das denn? Hä? Mist. Weiße Schledermäuse. Nein, ich hasse Weiß. Okay. Wow. Sollte ich nicht getroffen werden? Ah! Nicht angreifen, danke. So. Die schwarzen Kugeln sind tierisch beschissen. Ja. Au. Ja. Die Dinger sind one-hit. Oh. Nein. Oh, nee. Sehr gut. Komm runter. Yes. Wo bist du? Ach, da unten. Wo ist er denn? Au. Die Kugeln halten nicht an. Die tun ja praktisch jeden Frame Schaden machen. Ah, ich bin den reingespawn. Das ist übel. Wer ist denn mit reingespawn? Übel, ey. Ah, die grünen Kugeln könnt ihr übrigens abwehren von ihm. Wo ist er? Die könnt ihr kaputt schießen. Hinter dir. Ah, nee, doch nicht. Schade. Dann sah das nur so aus. Können wir nicht. Wir sind nicht angelogen. Yes. Komm schon, wir haben fast die Hände. Wir haben fast das Viertel runter. Ah, wow. Ach so, das Viertel aufs Viertel runter. Ja. Das Viertel. Ich auch nicht. Ah, ich sehe nichts mehr. Vor lauter Wolken. Ich heile mal so ein bisschen. Wenn du stinkst. Wenn du stinkst. Weil ich nicht der Echter, wo ist der Echter, da steht halt da ungelacht. Da ist ja. Ah, das ist ja. Einer von denen. Ich würde mal. Yes, der ist ja. In alle meine Bomben reingerannt, der Penner. Ja, es kommt, wir haben gelesen. Ja, es kommt, wir haben gelesen. Ja, es kommt, wir haben gelesen. Waaay. Was? Awesome. Komm, Formation, Formation. Wo bin ich denn? Einfach in so einem Viereck. Wurscht. So. Geh mal weiter. Dann drehen wir uns. Ja. Yay. Das war Akt 3. Yes, das war Akt 3, Leute. Das ist ja aber auch insgesamt, ne? Ich bin nur 47. Ich bin nur 54 Mal gestorben. Gut, damit sind wir in The Chambers, Akt 4. Das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Gut. Dann würde ich sagen, irgendwer von euch macht das Outro. So. Ich warte. Sehr gut. Ciao. Kenis. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Machst du das so auf deinem Kanal auch? Tschüss.